Ich bin Jaumut Kim von Inside Yoga Frankfurt und ich möchte dir heute unser Yoga-Puzzletraining-Ausbildungsmodul vorstellen. Diese Ausbildung ist konzipiert für die Leute, die schon unterrichten und 200 Stunden Ausbildung hinter sich haben. Und es geht hier darum, noch ein bisschen genauer, noch ein bisschen individueller, noch effizienter mit einer Person zu trainieren. In dieser Ausbildung wird sowohl genaue Ausrichtungsprinzipien, Adjustment-Techniken und aber auch Yoga-Props, wie man damit umgeht, beigebracht. Aber auch, wie man Personal Training als Business aufbauen kann, wie man Corporate Identity als Personal Trainer aufbauen kann und wie man auch Kunden akquiriert. Musik 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 Ich denke, diese Ausbildung ist sehr gut. Die Ausbildung kann eine sehr, sehr gute Bereicherung für alle Yoga-Lehrer sein, die aus Leidenschaft Yoga leben und unterrichten und auch gerne auch davon leben möchten. Wir sehen uns bei der Ausbildung. Dankeschön. Namaste. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020